Die Welt war eine andere, als wir uns im Februar das letzte Mal hier in der Villa Borsig getroffen haben. In China befand sich der Corona-Ausbruch auf seinem Höhepunkt, während er uns in Deutschland noch bevorstand. Wir alle haben seither viel durchgemacht und wir haben dabei auch viel gelernt. Vor allem eines, bei der Bewältigung der Pandemie brauchen wir vor allen Dingen eines, nämlich mehr internationale Zusammenarbeit. Deshalb bin ich froh, dass wir nun schon zum dritten Mal dieses Jahr Gelegenheit haben zu einem intensiven Austausch. Das unterstreicht die Bedeutung unserer diplomatischen Beziehungen. Mir war es heute wichtig zu vermitteln, dass wir uns in Europa ein gutes Verhältnis zu China wünschen. Auf Augenhöhe und in gegenseitigem Respekt. Die Zukunft, und das ist eines der Themen unserer Ratspräsidentschaft, die Zukunft Europas muss eine souveränere und eine selbstbewusstere werden. Und wir werden uns für unsere Werte auch außerhalb der Außengrenzen der Europäischen Union einsetzen, und zwar in alle Himmelsrichtungen. Und Drohungen gegen dieses Engagement werden wir nicht mehr akzeptieren. Eine Abkopplung im Verhältnis zwischen der Europäischen Union und China ist nicht in unserem Interesse, es ist in niemandens Interesse. Sowohl politisch als auch wirtschaftlich gibt es viele Gründe für eine bessere Zusammenarbeit. Das ist einer der Gründe, weshalb wir auch im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft weiter an einem umfassenden EU-China-Abkommen arbeiten werden. Wichtig ist uns ganz besonders, dass europäische Unternehmen auch in China die gleichen Wettbewerbsbedingungen haben wie chinesische Unternehmen in Europa. Und auch im Bereich Klimaschutz wollen wir als Europäische Union einen engen Schulterschluss mit China suchen. Ohne China, das muss uns allen klar sein, werden wir hier keine nachhaltigen Ergebnisse erzielen können. Zum Thema Iran sind wir uns auch einig gewesen, dass wir das JCPOA bewahren müssen. Und hierzu haben wir bereits in den vergangenen Wochen intensiv im Sicherheitsrat miteinander gesprochen. Wir haben auch natürlich über Menschenrechtsfragen gesprochen. Ein Thema, das für die deutsche Bundesregierung, aber auch für das deutsche Parlament von ganz besonderem Interesse ist. Deshalb bin ich froh, dass es uns endlich gelungen ist, für die nächste Woche einen Termin zu finden für den deutsch-chinesischen Menschenrechtsdialog, der damit wieder stattfinden wird. Und natürlich werden wir dort auch die besorgniserregende Lage der Uiguren erneut aufgreifen und vertiefen können. Das neue Sicherheitsgesetz in Hongkong war ja schon bei unserem letzten Gespräch ein wichtiges Thema. Auch von Ihrem Besuch in den anderen Hauptstädten in Europa in den letzten Tagen wissen Sie, dass unsere Sorgen über die Auswirkungen des Sicherheitsgesetzes bisher nicht ausgeräumt sind. Wir wollen, dass das Prinzip ein Land, zwei Systeme in vollem Umfang angewandt werden kann und die im Basic Law garantierten Rechte geachtet werden. Und wir sind uns in der Europäischen Union einig, dass das unser Maßstab auch für die Entwicklung in Hongkong bleibt. Wir haben intensiv auch über die Lage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gesprochen. Wir müssen international das Virus gemeinsam bekämpfen und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, einen Impfstoff zu entwickeln. Aber vor allen Dingen müssen wir dafür sorgen, dass, wenn ein Impfstoff gefunden ist, dieser international zugänglich gemacht werden kann. Zur Bewältigung der Corona-Krise gehört aber auch, dass wir internationale Reisen Stück für Stück, sofern es die Entwicklung der Pandemie erlaubt, erleichtern. Für Geschäftsreisende haben wir schon punktuelle Lösungen gefunden. Wir müssen aber auch daran arbeiten, dass andere, etwa Journalisten, Kulturmittler und andere, wieder reisen und arbeiten können. Ich freue mich, im Anschluss an die Pressekonferenz einige der Themen weiter zu besprechen und weiter so intensiv zu beraten, wie das bereits am heutigen Morgen der Fall gewesen ist. Noch einmal herzlich willkommen in Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank.